Heitgegrüßt meine lieben Zwerge, genommene Hobbits und natürlich auch Egladon zu einem weiteren kleinen Z-Log. Heute ein wenig aus einer anderen Richtung. Ich habe die Kamera mal ein bisschen anders platziert, weil vom Fenster hier hinter euch ziemlich viel Sonnenlicht rein scheint. Es ist Sommer und die Sonne scheint wundervoll. Das Licht vom Fenster leuchtet mich jetzt hier quasi wundervoll aus und hat einfach nur geblendet, wenn die Kamera dort stand. So sieht ihr jetzt auch nochmal den anderen Teil meines Zimmers und nicht immer nur die Fensterausrichtung. Machen wir heute mal ein kleines 10 Fakten, wie du über mich über eine Zwerge führst. Jetzt geht es mit Fakten Nummer 1. Meine Mutter wurde in einer kleinen Stadt nahe der liturgischen Hauptstadt Vilnius oder Vilna geboren. Daher habe ich baltische Wunzeln. Und bin sozusagen auch zur Hälfte Litauer. Akt Nummer 2. Ich bin sehr schwer zu motivieren, was Pflichtaufgaben und Hausaufgaben angeht. Ich muss mir meine Aufgaben immer selbst setzen und mir selbst Ziele stecken. Aufgaben, die von anderen diktiert werden und mir nicht so persönlich hundertprozentig gefallen und mit denen ich mich nicht hundertprozentig anfreunden kann, mache ich doch sehr zuverlässlich. Aber mit sehr viel Überwindungskraft braucht es dazu, mich an das Ding heranzubringen. Also mich selbst, also ich muss mich selbst ziemlich viel, ziemlich stark überwinden. Ich muss mich selbst stark überwinden, um das zu machen. Ja, Hausaufgaben für die Schule, Lernen für Prüfungen. Fakt 3. Ich bin ein klein wenig perfektionistisch und gucke gerne auf Kleinigkeiten wie bei Thumbnails. Winzige Bildausschnitte, die ich dann retuschiere. Und habe schon Videos oder Thumbnails nie hochgeladen, weil sie mir in winzig kleinen Punkten nicht gefallen haben und neu aufgenommen oder neu gezeichnet. Fakt 4. Ich habe einen großen Erfindungsreichtum. Das heißt, ich finde für fehlende Sachen schnell Hilfsmittel, wie zum Beispiel früher, als ich noch kein Stativ hatte, das worauf ihr gerade steht, nutzte ich für die Kamera einen Stapel lustiger Taschenbücher. Davon habe ich auch einige noch im Schrank und baute einen Stapel Bücher auf, um die Kamera drauf zu platzieren auf einem Drehstuhl und schwenkte somit die Kamera relativ stabil hin und her. Ich habe mir Ersatzmittel, wenn es an Hilfsmitteln fehlt. Fakt 5. Ich hasse es, die auf Winzigkeiten und Kleinigkeiten überspitzt reagieren. Wie zum Beispiel auf YouTube, Leute, die sich in den Kommentaren von großen YouTubern beschweren, wenn ein Video nur 59 FPS hat. Das liegt zum Teil daran, dass meine Kindheitshelden und Kindheitsspiele teilweise fast 16-Bit-Grafik dargestellt wurden und ich sozusagen mit Grafik aufgerissen bin, die von 59, geschweige denn 60 FPS noch gar nichts wussten, die noch gar nicht wussten, was überhaupt FPS oder was ansatzweise Bildqualität überhaupt ist. Daher ist mein Verständnis solchen Leuten gegenüber sehr gering. Fakt 6. Ich bin relativ unentschlossen meinen Videos gegenüber. Es gibt einige Videos, viele Videos, auf die ich im Endeffekt stolz bin und auf die ich gerne zurückgucke, aber es gibt auch einige Videos, für die ich mich irgendwie schäme. Ich lasse sie trotzdem online, aber es gibt da ein paar Videos. Da bin ich nicht so stolz darauf. Gerade die Videos, die auf meinem Kanal unter beliebteste Videos gestellt sind, gefallen mir erstaunlicherweise nicht so gut. Und der Fakt, ich kenne keines meiner Passwörter für Handy oder Laptops. Ich merke mir anhand der Muster auf dem Bildschirm oder der Tastenkombination, dass Passwort gedippt werden muss. Auf einer anderen Tastatur bin ich dann doch schnell aufgeschmissen und weiß nicht, wie sich mein Passwort zusammenstellt, weil ich mir die Punkte auf der Tastatur merke, nicht die Buchstaben, also die Tasten reinfolgen. Schwer zu erklären, aber ist so. Fakt 8, ich bin ein kleiner CD-Ast. Das heißt, ich interessiere mich stark für das Geschehen hinter und vor der Kamera und sehe einen Film nicht nur, um mich unterhalten zu fühlen, sondern auch, um das hinter der Kamera zu erahnen, zu erahnen, was die Schauspieler da reingesteckt haben, was der Stab da reingesteckt hat, was passiert ist, bis der Film auf die Kinoleinwand gekommen ist. Was dazwischen, was zwischen Produktion und Kino-Saal passiert und so weiter und so fort. Fakt 9, ich habe eine riesenhafte DVD-Sammlung. Passt 100 Filme und Serien auf DVD. Diese Sammelstücke stehen dort und warten halt darauf, von mir geguckt zu werden. Ab und zu nehme ich mir auch die Zeit dazu und schaue den einen oder anderen Film Wochenends oder Feiertags. Heute habe ich viele Bücher gelesen und begeistert den Welten innerhalb, versucht zu folgen. Heute habe ich nicht wirklich mehr die Ruhe dazu und schaffe es leider nicht mehr, die Zeit zu finden, um ein schönes Buch zu lesen. Das tut mir sehr weh, aber ich habe meine Leidenschaft in YouTube gefunden und verbringe meine ruhigen Zeiten vor der Kamera und im Schnitt und in der Produktion von YouTube-Videos. Fakt 10, ich habe in meinem Leben bis jetzt noch nie Alkohol getrunken oder geschweige denn eine Zigarette geraucht. Das kam bisher für mich noch nie in Frage und ich kam noch nie auf die Idee, so etwas zu tun und habe es in Zukunft auch nicht vor. Ich bin also insofern auch noch unbelastet. Ja, das waren meine 10 Fakten über mich. Ich hoffe, euch hat es ein wenig gefallen. Zeigt es mir mit einem Däumchen nach oben, ey, zeigt es mir mit einem Däumchen nach oben, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und keinen nächsten Satz noch mehr verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut renner! So, ab damit. Und zack. Jetzt noch das Ganze schneiden und dann jawollo.